Antimuslimischer Rassismus, Vorurteile und Diskriminierung im Alltag. Laut dem unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit sind dies keine Randerscheinungen für die rund 5,5 Millionen Musliminnen und Muslime in Deutschland. Für seinen am Donnerstag in Berlin vorgestellten Bilanzbericht hat das Gremium unter anderem wissenschaftliche Studien, Berichte von Antidiskriminierungsstellen oder die polizeiliche Kriminalstatistik ausgewertet. Alle sind betroffen. Es ist ein Thema der Gesamtgesellschaft. Es ist ein Thema der Gesamtgesellschaft, den ungefähr die Hälfte der Bevölkerung konstant muslimfeindliche Positionen unterschreibt, sei es bewusst oder auch unbewusst. Muslimfeindlichkeit beginnt nicht erst bei bewusster rassistischer Ablehnung, sie beginnt weit unterhalb. Auch da, wo man Muslimfeindlichkeit zu einer unbewussten Normalität werden lässt. Es gehe um Pauschalisierungen und Stereotypisierungen, sagte die Co-Vorsitzende des Gremiums. Zur Überschneidung kommt es besonders in Abwertung und Voreingenommenheiten, die Musliminnen überproportional negativ darstellen. Also als besonders fremd rückständige Religion, gewaltaffin und andere patriarchalische Vorstellungen. In diesem Fall sind Musliminnen doppelt stigmatisiert und mehrfach betroffen. Als konkrete Maßnahmen fordert der Expertenkreis unter anderem einen Bundesbeauftragten gegen Muslimfeindlichkeit sowie eine stärkere Sensibilisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das zieht sich natürlich durch Schulbücher, also durch Medien, durch rassistisches Erfahrungswissen, auch in der Polizei, also auch in staatlichen Behörden bis zu kommunalen Verwaltungen, aber auch in der politischen Bildung und in der Medienschulung vor allen Dingen. Also wir müssen ganz stark sagen, dass gerade im Medienbereich unheimlich viel muslimfeindliche Einstellungen noch mal reproduziert werden, also Bilder über den Islam sozusagen sehr negativ konnotiert sind und dadurch natürlich auch eine Verstärkung von Muslimfeindlichkeit zeigen. Der unabhängige Expertenkreis war im September 2020 vom Bundesinnenministerium einberufen worden, unter anderem in Reaktion auf den Anschlag in Hanau, bei dem ein Mann im Februar 2020 neun Menschen erschoss. Die Generalbundesanwaltschaft sprach von einer zutiefst rassistischen Gesinnung des Täters.